punktschweißen ist ein unglaublich geniales verfahren zwei elektronen drücken zwei materialien zusammen dann fließt ein strom durch dadurch wird das material kurz aufgeschmolzen das heißt wir haben einmal den druck wir haben einmal den elektrischen strom und schon haben wir eine feste verbindung das ganze wird hauptsächlich in der industrie eingesetzt in kleineren und größeren werkstätten im privaten bereich findet man punktschweißen eigentlich nicht bis jetzt denn ich war die tage bei parkside bei lidl auf der webseite wollte eigentlich was wegen dem multischweißgerät gucken und plötzlich sehe ich die haben eine punktschweißzange und im selben moment habe ich schon die erste nachricht von dem zuschauer der sagt kannst du dir die punktschweiß zange mal angucken das würde mich ja so interessieren und seitdem habe ich jeden tag mehrere nachrichten darum habe ich sie mir bestellt und wir gucken sie uns heute zusammen an und ich kann euch versprechen ich habe fünf minuten mit dieser zange gearbeitet und ich habe mich in diese zange verliebt es ist der absolute hammer punktschweißen gibt so viele tolle möglichkeiten und macht so viel spaß und vor allem das kann wirklich jeder die punktschweiß zange ist jetzt wirklich ein massives bauteil wiegt 12,5 kilo also man kann sie noch tragen problemlos gerade mit dem griff das war das einzigste was wir montieren müssen ansonsten ist diese punktschweiß zange fertig montiert man sieht hier bei mir aber gleich die elektroden halter die sollte man noch mal vernünftig justieren dafür haben wir unten vier schrauben oben vier schrauben die können wir einfach öffnen und können das ganze vernünftig ausrichten dafür würde ich auch die elektroden montieren wenn wir das ganze schon mal aufgeschraubt haben können wir diesen halter auch rausziehen und sehen wirklich wir haben hier ein richtig massives kupfer bauteil großen und ganzen bin ich auch der festen überzeugung dass durch das gewicht hier innen wirklich viel material verbaut wurde also wenn dieses gerät mal kaputt geht kann man das auf jeden fall ausschlachten und noch zum schrott bringen zum betrieb der punktschweiß zange werden zwei elektroden verwendet und es sind im lieferumfang vier diese elektroden haben schlüsselflächen und ich würde auch immer empfehlen die zu nutzen beim punktschweißen das ganze wird immer wieder warm und kalt da sollte sich wirklich nichts lösen löst sich diese elektrode und der strom sucht sich natürlich den weg ist es nicht wieder ein richtiger kontakt da dann hat man relativ schnell ein problem und hat vielleicht das gewinde versaut und dann wird es wirklich schwierig diese elektrode wieder raus zu kriegen ob es diese elektroden als ersatzteil gibt kann ich leider nicht sagen ich kann nur sagen von wegen ich habe heute wirklich massiv viel gepunktet ich bin zwischendurch immer mit einer ganz feinen feile ganz vorsichtig rauf gegangen auf die elektrode habe die spitzen wieder ein bisschen gereinigt und meine elektroden sehen wirklich nach mehreren stunden punkten immer noch aus wie neu die bedienung und nutzung dieser punktschweiß zange ist dann wirklich sehr sehr einfach wir haben im prinzip die möglichkeit das ganze zu öffnen und zu schließen damit unsere werkstücke wirklich fest zusammen zu pressen und das zweite ist wir können einen impuls abgeben den impuls können wir nicht in irgendeiner form definieren das heißt das ist einfach vom gefühl her wir haben nicht die möglichkeit dass wir immer wieder hundertprozentig den gleichen impuls abgeben aber auch wer sich so in der industrie auskennt wer sich in kfz handwerk auskennt der findet dann auch viele punktschweißzangen wo man auch wirklich mit dem fußschalter arbeitet das ganze wird nicht manuell zusammengedrückt aber wo auch kein klar definierter impuls ist klar definierter impuls wäre natürlich auch schön würde natürlich die genauigkeit der arbeiten so ein bisschen steigern aber wie gesagt ich habe es ausprobiert es funktioniert wirklich auch mit diesem minimalistischen system ganz wichtiger punkt den man natürlich auch ansprechen müssen ist die stromversorgung das gerät wird mit einem 230 volt netz stecker geliefert das kabel ist zwei meter lang ich gehe damit an meine baustellen versorgung ich glaube so nennt man das die ist an der 16 ampere steckdose da habe ich wirklich bisher noch nie probleme gehabt nächste möglichkeit wäre hier so eine 16 ampere steckdose wo man auch noch 230 volt stecker mit integriert hat die sind tendenziell auch besser abgesichert einer ganz normalen hausstromversorgung denke ich mal wird man probleme kriegen es werden bei dem gerät und in der bedienungsanleitung auch diverse warnhinweise gegeben ich werde das ganze nachher noch mal in meiner alten werkstatt ausprobieren da hatte ich ja früher auch öfters mal probleme mit der installation wenn ich die geräte betrieben habe mit 200 ampere und dergleichen das werden wir nachher zum schluss noch mal ausprobieren hier in meiner werkstatt mit der konfiguration die ich euch eben gezeigt habe habe ich keine probleme gehabt ich bin tendenziell jemand der an sowas vorsichtig rangeht ich habe mir ein paar bauteile zurecht gelegt die ich punkten wollte und habe den ersten punkt wirklich ganz vorsichtig ausgeführt das ganze hat gehalten hat aber keine besonders hohe festigkeit ich will damit sagen man sollte so ein paar bauteile haben sollte sich einfach da mal rantasten rantrauen das gleich so massiv irgendwo mit minutenlangen impulsen vorzugehen oder so ist völliger blödsinn erstmal so ganz vorsichtig rantasten wenn man das mal fünf minuten gemacht hat 45 sachen zusammengepunktet hat dann hat man dafür ein sehr gutes gefühl und schon diese karosseriescheiben die sind übrigens 1,5 millimeter stark das ist schon das maximum was dieses gerät können soll also zwei bauteile mit 1,5 millimeter materialstärke verzinkt und das ist das maximum und das funktioniert dann schon deutlich besser und ich habe mich so innerhalb von ein paar minuten ran getastet man sieht hier mein erster versuch also das kann ich abbrechen da war der impuls deutlich zu kurz aber schon das zweite bauteil also diese beiden karosseriescheiben hat dann wirklich eine sehr gute festigkeit ich will damit sagen nehmt euch die zeit tastet euch da mal ran das ist wirklich kein hexenwerk und nach ein paar minuten denkt ihr ihr habt nie was anderes gemacht wenn man jetzt irgendwas konstruiert und das zusammen punktet dann muss man sich natürlich auch auf die festigkeit verlassen können das heißt wenn ich erstmal so ein gewisses gefühl für diese punktschweiß zange habe dann will ich natürlich auch gucken wie fest sind diese punkte ich habe hier zwei stahlbleche 1,5 millimeter die sind jetzt mal ohne beschichtung und da gebe ich vom gefühl her impulse wo ich sage das muss richtig richtig gut halten also wie gesagt da ist man relativ schnell drin die abstände sind immer ungefähr zwei zentimeter so ein bisschen nach augenmaß und das ganze werden wir natürlich massiv bearbeiten um zu gucken ob wir diese punkte wieder aufreißen oder brechen können also die challenge ist jetzt das ganze wieder abzureißen in dem erstmal kleinen kunststoff hammer da passiert noch gar nichts wir spannen das ganze um ich habe es insgesamt fünf mal in die eine richtung fünf mal in die andere richtung ich habe dann beim zweiten versuch auch gleich einen zwei kilo schlosser hammer genommen das war wirklich was vernünftiges haben und man sieht an diesem kleinen versuch das hat wirklich eine sehr sehr gute festigkeit wenn man das schon mal vernünftig punktet dann passiert da gar nichts mehr also ich werde eher das material weil ich so oft rum biegen und nach form brechen als dass ich diese punktschweißung also ist wirklich eine sehr sehr stabile und feste verbindung da kann man sich wirklich darauf verlassen problem ist natürlich halt ich kann diesen impuls nicht definieren ich muss da ein gewisses gefühl für entwickeln aber das ist wirklich sehr sehr einfach die frage ist natürlich jetzt was kann ich mit dieser punktschweiß zange alles punkten normal steht in der bedienungsanleitung bis 1,5 mm also 1,5 und 1,5 mm ich habe hier auch deutlich dickeres material gepunktet das heißt ich bin bis 2 mm und sogar 2,5 und 2 mm in kombination hochgegangen und das hat das gerät auch noch gepunktet nach unten hin habe ich das dünnste 0,4 mm material gepunktet da habe ich auch noch einen schönen impuls gesetzt also man könnte auch noch ein bisschen dünner runtergehen da ist wirklich auch so die grenze denke ich mal bei 0,2 0,3 also das kann schon unwahrscheinlich dünn sein wenn man das dementsprechende gefühl dafür mitbringt von den materialien her stahl stahl beschichtet es muss natürlich eine leitende beschichtung sein edelstahl funktioniert wirklich super was schlecht funktioniert oder überhaupt nicht funktioniert ist natürlich kupfer selbst oder auch aluminium aluminium habe ich millimeter blech ausprobiert funktioniert auch schlecht da müsste es ein deutlich leistungsstärkeres gerät sein da die wärme natürlich oder die energie abgeführt wird und da haben wir halt bei aluminium da keine chance mit diesem doch sehr kleinen gerät für eine punktschweißzange aber wie gesagt stahl edelstahl und dergleichen funktioniert wirklich super wenn man so eine beschichtung hat wie diese verzinkung dann sollte man natürlich auch mal darauf achten dass das auch aufschmilzt und dementsprechend hat man da auch dämpfe also ich habe das fenster offen gelassen und natürlich unsere elektroden werden dadurch leicht verunreinigt und ab und zu klebt es so ein bisschen an der elektrode dafür habe ich hier meine zange habe ich einfach so ein bisschen das ganze gewackelt dass ich das dann da wieder gelöst hat ansonsten sind der kreativität hier jetzt wirklich keine grenzen gesetzt ich habe hier eine m5er mutter und ein 1 mm edelstahl blech die mutter ist verzinkt das habe ich einfach mal zusammengepunktet es funktioniert es funktioniert und es funktioniert sogar sehr sehr gut ich habe den impuls ein bisschen zu lange gewählt dementsprechend ist das gewinde leicht beschädigt aber wenn man das so ein bisschen sage ich mal ausprobieren würde man würde es so hinkriegen dass man die mutter auch da vernünftig an punktet eventuell könnte man diese punktschweißzange sich eine elektrode abschleifen dafür also es gibt da so viele ideen wenn man da erstmal einmal mit anfängt ich werde mir diese punktschweißzange hinten auf in meine werkstatt stellen ich werde immer da ein spezieller tisch für bauen und dann hat man da immer die punktschweißzange kann da immer mal rein gehen kann immer mal kurz was zum beispiel wie diese beiden scharniere hier immer mal kurz irgendwas zusammen punkten das geht so unwahrscheinlich einfach es macht spaß und ich sag mal so das kriegt wirklich jeder hin wenn ich da jetzt eine bohrung hätte eine punktschweißung machen müsste das ist dann schon deutlich aufwendiger und jemand regelmäßig schweißt der kriegt das natürlich dann nicht so einfach hin das punktschweißen an sich ist jetzt natürlich eine sehr schöne sache aber man kommt damit natürlich nicht überall hin das gerät habe ich vorhin schon gesagt wie 12,5 kilo ist nicht ganz leicht und dann sind natürlich ist natürlich vorne diese zange die die maße die einige formen begrenzen man hat hier 70er höhe und eine 140er länge und damit muss man sich dann halt warm laufen und gucken welche aufgaben oder welche sachen kann man damit erledigen ja das sieht man hier noch mal schön 70 ist die höhe 140 die länge ich habe jetzt hier ein vierkantrohr das ist zwei millimeter stark 80 x 40 dann habe ich hier das scharnier dass ich vorhin zusammen gepunktet habe das ist ein millimeter stark zwei scharniere zwei millimeter stark alle drei teile punkte ich jetzt mit einem punkt und der punkt bietet dann wirklich schon eine enorme stabilität ich könnte jetzt theoretisch punkt an punkt durchsetzen das einmal komplett durch punkten wenn ich es richtig stabil haben will aber selbst dieser eine punkt wirklich richtig gut gesetzt ist der bietet eine enorme stabilität also es ist toll was da so in irgendwo in der form möglich ist ich habe auch noch nie eine andere punktschweißzange in der hand gehabt die so für diesen hobbybereich da ist darum war ich da jetzt wirklich sehr angetan was damit alles so möglich ist und ich habe so viel zusammen gepunktet es ist wahnsinn ich kann erstmal schrott container bestellen ich habe hier auch noch einen alten schweller dann habe ich einfach in der mitte einmal durchgeschnitten steckt den jetzt übereinander und dann kann ich den auch punkten das ist natürlich eine sache da werden viele schreien ja am auto kommst du damit gar nicht hin und so das ist natürlich alles richtig man muss wie gesagt immer die dimensionen betrachten wo man damit hinkommt wo man das ganze einsetzen kann man kann es sicherlich nicht überall einsetzen aber für viele sachen ist es natürlich sehr interessant und es ist eine sehr sehr schöne und saubere möglichkeit wie gesagt ich kann die festigkeit je fester je genauer ich es haben will desto mehr punkte kann ich setzen ich kann ja theoretisch punkt an punkt wie dieses anfangs video setzen und dann habe ich passte praktisch wie eine dichte schweißnaht also es ist in jeder dimension alles möglich ich wollte einfach diesen schweller noch mal ausprobieren das ist ja dann auch ungefähr so 0,7 0,8 mm blech der ist wirklich ein hauch von nichts und das ist wirklich auch völlig problemlos möglich mein fazit zu dieser punkt schweißzange mir hat das ganze wirklich sehr gut gefallen man bekommt damit gute punktungen hin wirklich im bereich bis zu zwei millimeter plus zwei millimeter stahl edelstahl funktioniert wirklich alles super verzinktes material das kann jeder das ist so einfach von der anwendung das kann wirklich jeder es ist aber auch immer leider schatten ich hatte vorhin schon die stromversorgung angesprochen nachdem ich hier fertig war bin ich nach hause gefahren habe da auch noch mal versucht in meiner alten werkstatt zu punkten und da war es so der fall millimeter blech konnte ich problemlos mit millimeter blech zusammen punkten habe ich aber so einen längeren impuls abgegeben dann ist bei mir die sicherung raus geflogen ich bin jetzt keine elektriker keine elektro fachkraft dass ich das so hundertprozentig beurteilen kann vielleicht ist bei euch jemand dabei der das dann alles mal durchmessen kann und dergleichen wie gesagt in meiner werkstatt funktioniert es sehr gut habe ich euch vorhin gezeigt wie der aufbau da ist und zu hause mit einer normalen hausstromversorgung bekomme ich da relativ schnell probleme obwohl diese hausstromversorgung auch schon träge abgesichert ist also da muss man immer wirklich überlegen und ich denke mal über längere zeit wird das gerät bestimmt noch mal in irgendeiner form nachgearbeitet damit man das so ein bisschen besser hinkriegt oder so ein bisschen mit eine höhere betriebssicherheit hat aber ansonsten wirklich ein sehr sehr schönes gerät das gerät verlinke ich unter dem video ich bedanke mich für eure aufmerksamkeit wenn euch das video gefallen hat ich freue mich immer tierisch über einen daumen hoch und natürlich über ein abo für meinen kanal bis dann und viel spaß beim schweißen euer Manni